안내자, 지도자, leiter, leiterin, 종업원, Kellner, Kellnerin, Kasu, Sänger, Sängerin, 배우, Schauspieler, Schauspielerin, 기술자, Ingenieur, Ingenieurin, 의사, Arzt, Ärztin, Kanosa, Krankenpfleger, Krankenschwester, 환자, Patient, Patientin, 선생님, Lehrer, Lehrerin, 학생, Schüler, Schülerin, 경찰, Polizei, 경찰관, Polizist, Polizistin, 소방관, Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau, 군인, Soldat, Soldatin, 비서, Sekreter, Sekreterin, 작가, Schriftsteller, Schriftstellerin, 번역가, 통역사, Dolmetscher, Dolmetscherin, 공부, Studie, 숙제, Hausaufgabe,